Hey ihr kleinen Covidioten und Coronazis, euer Lieblingsvirus Stu ist zurück mit der neuesten Impfung gegen kahle Quarantäne-Wende. Tja Leute, so schnell gehen zwölf wunderschöne Monate vorbei und auch wenn wir alle dieses tolle Jahr 2020 am liebsten noch einmal wiederholen würden, müssen wir trotzdem auch weiter nach vorne schauen. So läuft's einfach. Einige von euch, die diese dramatische Krise eventuell mit ganz viel Glück überlebt haben, konnten sich auch die vollen zwölf Monate an meinem einmaligen Realtalk-Kalender erfreuen. Und weil der richtig maskenmäßig gefragt war, habe ich auch dieses Jahr unmenschliche Strapazen auf mich genommen und einen brandneuen Realtalk-Kalender auf die Menschheit losgelassen. Du hast deinen alten Realtalk-Kalender nach zwölf Monaten satt? Du bist demnächst für längere Zeit nicht zu reichen und möchtest, dass deine Liebsten sich trotzdem das Ganze an dich erinnern? Du wolltest schon immer deinen Lieblingsstuhl mit völlig unnötiger Arbeit belasten? Ja! Ist die Antwort ja, dann bietet dir Stupido-Vision. Endlich Abhilfe mit dem nagelneuen Stupido-Vision Realtalk-Kalender 2021. Kalender! Der Stupido-Vision Realtalk-Kalender 2021 ist der Traum eines jeden Stupido-Schneidet-Fanboys und auch Fanboys-Sin, Gendersternchen, Fanboys-Sin-Divers und auch Transgender-Fluid-Fankreatur. Endlich kannst du dir Stupidos einmalige und kontroverse Kunst auch nach Hause holen. Zeichnungen! Zwölf wunderschöne Zeichnungen machen ab sofort das Tapezieren und Streichen überflüssig. Gestalte deine Wände jeden Monat einfach neu mit dem Stupido-Vision Realtalk-Kalender 2021. Abwaschbar! Aber nur einmal! Erlebe deine schönsten Stupido-Schneidet-Momente auf eine völlig neue Art und Weise. Die witzigsten Szenen und Sprüche aus deinen beliebtesten Videos wurden für dich von Stupido höchstpersönlich lieblos auf Papier gerotzt. Kaufargument! Bestell dir schon heute deinen ganz eigenen Stupido-Vision Realtalk-Kalender 2021 und verpasse nie wieder einen Tag oder Monat im kommenden Jahr. Stupido-Vision Realtalk-Kalender 2021 Und ab jetzt könnt ihr bestellen, ihr Miss Kids! Seid doch manns genug! Ja, wer könnte da den Nein sagen? Und daher könnt ihr ab sofort diesen einmaligen Kalender hier bei mir vorbestellen. Das ist abgefahren! Und weil es das letzte Mal so bequem und problemfrei, zumindest für mich war, läuft das Ganze auch dieses Jahr wieder über Paypal und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Alle, die das letzte Mal mitgemacht haben, werden das Spielchen ja schon kennen. Allerdings ist der Kalender diesmal etwas teurer als letztes Jahr, da ich das letzte Mal nicht mit den hohen Versandkosten, vor allem fürs Ausland, gerechnet hatte. Außerdem wusste ich auch nicht, ob irgendeiner von euch bereit sein würde, auch etwas nicht-Digitales hier vom Kanal zu konsumieren, zu kaufen. Aber ich wurde das ganze Jahr über nach einer Fortsetzung gebeten zum Kalender und diesem Wunsch gehe ich natürlich auch gerne nach. Das ist für mich normal! Also für alle Vorbesteller kostet der Kalender diesmal 20 Euro, natürlich inklusive Versandkosten bzw. keine Versandkosten, genau wie letztes Jahr. Da spart ihr wieder ein wenig im Vergleich zu dem späteren Preis dann. Und genauso wie letztes Jahr wird es wieder ein Gewinnspiel geben, in dem ihr eine der Originalzeichnungen gewinnen könnt, samt Unterschrift. Samt meiner tollen Unterschrift. Ja, ja, ja. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach einen Kalender zu bestellen. So einfach kann es sein, ja? Einfach, Mann! Entschieden wird das Ganze dann einfach per Zufallsprinzip, wie letztes Mal. So eigentlich wollte ich ja keine Zeichnung mehr verschenken, das sollte letztes Jahr eine einmalige Aktion sein, aber ja, scheiß drauf, ich sammle hier schon seit 30 Jahren tausende Zeichnungen und das liegt, naja, und das Zeug liegt dann irgendwie nur herum. Außerdem könnte man ja jede Sekunde draußen umfallen, laut Nachrichten, und denen will ich einfach mal so glauben. Es ist Fakt! Es ist bewiesen! Und weil euer Stu so großzügig ist, gibt es für alle Vorbesteller zu jeder Bestellung noch einen zusätzlichen Kalender von 2020 obendrauf. Aber nur solange der Vorrat reicht, weil ich habe noch welche übrig und, ja, einen Karton davon behalte ich selber für mich, fürs Archiv und den Rest bekommt ihr dann einfach. Was ihr dann damit anfängt, ist eure Sache. Vielleicht wollt ihr ja die Bilder ausschneiden und aufhängen und euren alten Kalender trotzdem behalten oder so. Kein Plan, mir auch wurscht. Und wenn ihr den nicht wollt, dann seid so nett und schreibt mir das in eure Bestellung. Dann freut sich jemand anderes darüber. Das ist die Realität! Dann wären wir beim nächsten Punkt, eure Bestellung. Schreibt mir unbedingt immer eure Adresse und die Stückzahl in die Bestellinfo. Eure Adresse wird zwar für gewöhnlich angegeben, aber manche bestellen von einem anderen PayPal-Konto, von Familie oder Kumpels. Keine Ahnung, hat ja nicht jeder PayPal. Und an dem Preis sehe ich auch für gewöhnlich die Menge. Aber letztes Jahr haben viele freiwillig mehr gezahlt, als sie mussten, um mich zu unterstützen, was mich natürlich so freut. Aber das war auch sehr verwirrend teilweise. Und wenn ihr das alles hinschreibt, kann ich auf jeden Fall alles schneller abwickeln und ihr habt das gute Ding schneller bei euch zu Hause. Also eine Win-Win-Situation. Letztes Jahr gab es übrigens bei einigen von euch Probleme mit den Bestellungen. Bei vier Leuten, um genau zu sein, weil die Kalender einfach nicht ausgeliefert wurden. Das lag letztendlich am Hermes-Lieferdienst, weil da einfach nur Penner arbeiten und Hardcore auf eure Pakete scheißen. Und ich habe diese vier Kalender dann natürlich kostenlos ersetzt und werde dieses Jahr auf Hermes auch verzichten und zu einer anderen Firma wechseln. Ja, sollte wieder jemand Probleme bekommen, aus welchem Grund auch immer, meldet euch einfach bei mir. Am besten über die Homepage und nicht hier auf YouTube, weil ich Kommentare einfach übersehe. Und ja, da regeln wir das. Ich kann euch dann irgendwie die Paketnummer zuschicken, da könnt ihr das Päckchen ganz genau verfolgen oder wie auch immer. Aber wir finden eine Lösung, auf jeden Fall. Dann noch was zu den Vorbestellern aus dem Ausland, sprich Österreich und Schweiz. Da der Versand für euer Päckchen unfassbare 18 Euro kostet und damit dreimal so teuer ist, muss ich das auch euch leider mitberechnen, ja, zu den 20 Euro dazu. Aber, weil ich korrekt bin, bekommt ihr dann noch einen Kalender für 2021 kostenlos dazu. Also einen neuen Kalender zusätzlich dazu. Im Endeffekt zahlt ihr den ja eh mehr oder weniger. So spart ihr sogar zwei Euro, falls ihr zwei Kalender haben wollt und nur einen bestellt. Und dafür müsst ihr halt leider länger auf den Versand warten, weil, ja, Ausland und so. Lustig. Auch alle meine Supporter auf Patreon können sich wieder freuen, da sie den Kalender, wie auch letztes Jahr, komplett kostenlos zugeschickt bekommen. Das gilt für alle Abonnenten, die jetzt im Moment dort aktiv sind. Aber auch neue zukünftige Supporter können nächstes Jahr einige Schnäppchen machen, da ich einige andere geile Produkte noch geplant habe, die es für die Patreons dann immer kostenlos geben wird und automatisch. Also lohnt es sich vielleicht mal, da vorbeizuschauen. Wer das nicht nimmt, dem kann man nicht helfen. Also diese Vorbestellung hier gilt übrigens nur so lange, bis der Kalender endlich hier eintrifft und ich ein Video dazu poste, ein neues Video. Es fehlen mir nur noch drei Bilder, also sollte es diesmal schneller gehen wie das letzte Mal, was ich auch hoffe. Da waren die Kalender erst am 18. Dezember oder so hier bei mir. Das war sehr knapp. Und ich hoffe auch, dass ich keine Lieferschwierigkeiten wegen dieser Fantasie-Pandemie und so bekommen werde. Oder so, ja. Aber sollte alles eigentlich glatt gehen auch dieses Jahr. Nein. Nein. Ja, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden und würde mich freuen, wenn ich euch auch dieses Jahr dazu bringen kann, dass ihr mich für weitere zwölf Monate an euren Wänden vor der Nase baumeln habt. Also, wir sehen und hören uns in ein paar Tagen. Adios. Bis zum nächsten Mal.